So Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Dirk Newcomb. Ja, Achtung Leute, Mann voraus. Köstlich. Wirklich sehr köstlich. Hossa, okay, das reicht jetzt. Hey, ich stecke fest. Im Faszien-Spiel stecke ich fest. Keine Ahnung warum. So. Wohin müssen wir denn? Scheiß Lichter hier. Geht einfach aus. Oh, guck mal, hier war ich in der Army. Einmal Army. Da geht's doch. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch, ich drück mit einem fetten Daumen da rein, Mann. Wow. Welches Stockwerk, hm? 48. Was? Ihr Miesenschweine, dafür werdet ihr bezahlen. Komm her, ich geb euch nen Kick. Niemand klettert in meine Fenster. Oh, jetzt ist das Ding kaputt. Diese scheiß Aliens, wie werde ich sowas von wegkicken. Oh, emergency, emergency hatch release. Ich werde die Alien sowas von kaputt schlagen, dafür, dass sie meinen Fahrstuhl kaputt gemacht haben. Mensch. Was haben wir denn hier? Stromkasten, mit sowas kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein bisschen, aber weil ich Duke bin, nehme ich einfach den einfachen Weg. Geht doch. Hier war ich bei der Jagd. Hero-Trophy. President Duke Nukem for saving the Earth. Ja, danke, Leute. Ich rette gern die Welt, aber jetzt rette ich sie noch einmal, weil die Kerle meinen Fahrstuhl kaputt gemacht haben. Was ist das hier jetzt hier? Ja, ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich will es gar nicht wissen. So, schön hier oben. Der Reaper. Pickup. Alles klar, ja. Cyclope Mai. Auf dem Video-Game. Oh, wer bist du denn? Hallo, wer bist du denn? Was sitzt du da? Der King braucht seinen Thron. Kein Weg, Mann, kein Weg. Ich werde nicht verlassen, bis ich meine Bildung auf diesem Thron bekomme. Ich habe Jahre lang für das. Ey, ich bin Duke Nukemann. Du willst mich so verarschen, Mann. Hey, könntest du dich da kaputt schlagen, aber wieso kann ich das einfach nicht? Ich würde dich so wegboxen. Das ist mein Thron. Ach, schön. Dankeschön, Mann. Haha, ich kann nicht erwarten, dass ich meine E-Mail vertreten kann. Ja, deine E-Mail erwarten, wenn ich mehr so sterben. Oh, jetzt zieht sich immer mein Thron. Yeah. Es geht in meine geheime Basis. Der Duke Cave. Oh, super. Wie so ein Superheld-Cave so. Der Duke Cave. Also, use melee attacks. Und, you can replay any part of the game from chapter select in the main menu. So, press space to continue. Das tue ich natürlich sehr, sehr gerne. So, langsam, aber safety. Gehen wir runter. Wow, sieht krass aus. Ich gehe in meine Duke Hülle. Äh, Hülle. Die ganzen PCs. Danke. Willkommen, Duke. Du hast eine Konferenz-Konferenz-Konferenz-Kong. General Grace und der Präsident sind beide online. Der Präsident und andere. Herr Präsident, du wissen, ich liebe lange Gespräche, also bleibe ich das kurz. Ich versuche euch eine direkte Ordnung, nicht zu engagieren in eine hostile Interaktion mit den Alien-Vistern. Das ist effektiv. Wir werden nicht unsere Intergalactic-Negotiations-Negotiations verabschieden von Rache-Action verabschieden. Der National-Budget ist noch zurückgekehrt. Nachdem die Wochen-Log-Bedzen von Horror und Holocaust, du hast die Los Angeles-Geschüttet. Ich will diese Möglichkeit für Peace-Squander. Ich weiß, dass du das nicht magst, Duke. Aber wir können noch nicht mit den Barsch-Blazigen gehen. Der Präsident denkt, diese Zeit wird definitiv sein. Ich glaube, du hast ihre Arsch-Blazigen gewonnen. Vielleicht ist der Präsident recht. Wir sollten nicht nur sagen, sie sind hier zu kontrollieren. Vielleicht sind sie endlich wissen, sie können nicht gegen Amerika gewinnen. Sobald du bist. Du, du bist ein Relic von einer anderen Zeit. Das ist eine neue Zeit für Humanität. Wir können nicht erst einmal nachdenken, und fragen nach späteren, weil wir denken, dass sie noch haben WMD. Ich bin in Diplomatische Diskussionen mit der Cycloid-Ember, der Peaceful Co-Existenz von unserer Spezies. Der Cycloid-Emberor selbst. Du bist nicht notwendig. Du bist nicht involviert. Das ist eine Ordnung. Dear God, ich weiß, das ist schwer für dich. Aber spiel es für dich für dich. Als dein General und Freund, ich weiß, dass ich dich beteiligen kann, um unseren Kommandern im Chief zu folgen. Ja, schon gut. Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Ich auch. Die Aliens, hey! Was macht er an der Bude? Ich darf euch da nichts antun, aber ich könnte es mir ganz schnell anders überlegen, meine Freunde. Ah, ich gehe zurück. Ja, okay Leute, ich hätte mir die Käfer... Ah, da hinten ist ja noch eine Tür. Ich wollte gerade sagen, dass ich sie mir größer vorgestellt habe. Aber hier gibt es ja noch jede Menge Sachen. Okay, kein Bastard, aber ich mache die gleich fertig. Glock mir. Junge, Bast. Ach, ich fand die Tür auch. Ich habe keine Weitere. Femme, keine Keycard. Ja, schneller. Was fällt dir einfach ein? Was fällt dir einfach ein? Meine Femme, die Tür kaputt zu machen. So, was ist das hier? Ah, das ist eine Trophäe. Hm. Hey du, Scheißer. So was macht dich K.O. oder was? Kriegst ein Executing von mir. Ich habe dir den Kopf weggerissen. Mach's nach. Die Trophäe bringen ja echt was. Hey du, Scheißer. Was soll das denn? Das sind meine Hanteln, Mann. Das sind meine Hanteln. Ja. Uh. Okay, wie mache ich das? Ja. Dann läuft der Ball. Oh, ein bisschen Flipper. Ich habe das schon. Ah. Ja. Ja. Los Duke. Du kannst das. Okay, das ist das letzte jetzt. Dann muss ich aber auch weiter. Hey. Ich wollte gar nicht. Egal. Ist vielleicht jetzt der letzte Ball. Hey. Wack, ich mal verdrück' ich mich. Kann ich Basketball spielen? Grab und. Ähm. Hm. So was ist auch nichts für mich. So was ist für mich gar nichts. Nein, nein, nein. Tu sie da rein. Tu sie da rein. Sicher zuerst. Hä? Mehr Gewicht oder wat? Verdammt. Oh, hier Boxack. Zum Boxing. Boxack ist ja das hier. So. Yeah, man. 100 Kilo. Einfach so. Einfach so nehmen die 100 Kilo. Ja, mein Ego verbesser ich damit. Gut so. Hier kann ich mein Ego ja auch verbessern. Was Sicherheit, Mann. Was lauerst du? Jetzt? Sagt mir nicht. Doch, jetzt macht er's. Nicht schwer genug, oder wat? This is too easy. Und wieso hat er dann grad eben... So was ist er? Na ja, komm her. Ich möchte noch ein bisschen Ego. Davon bekomme ich ja wahrscheinlich etwas Ego. Jetzt aber. Ah, Gottchen. Jetzt aber. Da geht's einfach. Oh, wow, wow. Geht euch, komm. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Na, hier muss ich dein Part beenden, Leute. Beim nächsten Mal kicke ich den Asses von diesen Aliens weg.